Hallo Leute, hier ist Torben. Ich trinke wieder Kongo Strumpf. Normale Größe. Original Urban. Viel Spaß. Hier steht noch Energie Prank. Noch einmal so rum. So. Jetzt öffne ich die Dose. Zack. So. Riecht wieder gut wie vorher. Dann sowohl. Ich kann noch einmal, schönen Abend. Ciao. ja ich habe jetzt neue kopfhörer noch gekauft ja schon besonders gut genauso wie vorher auch viel spaß bei diesem video